Ich merke, dass ich, ähm, immer, egal ob auf meinem eigenen Kanal oder auf dem Kanal jetzt, hat mich in jeder Aufnahme irgendjemand gestört. Und ich sage, ich kenne Harry schon mein ganzes Leben. Er war wie ein Vater. Er ist auf unserer Seite. Dann braucht er auch nicht zu lügen. Die Verbindung ist instabil. Vermeide starke Erschütterungen, sonst verlierst du die GPS-Daten von mir. Fahr zu Harry, bevor er weg ist. Okay, äh, Checkpoint rennen, alles klar. So, ich gebe...